Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ein weiteres Jahr neigt sich dem Ende. Zeit, Danke zu sagen, und zwar Ihnen. Danke für alles, was Sie in diesem Jahr geleistet haben. Für unsere Patientinnen und Patienten und für unser Unternehmen. Sie haben Fresenius auch in diesem Jahr weiter vorangebracht. Wir haben Meilensteine erreicht, zum Beispiel die Übernahme von Next Stage unter Dach und Fach gebracht, unser erstes Biosimilar in Europa eingeführt, den Einstieg in den kolumbianischen Krankenhausmarkt geschafft, neue Geschäftsmodelle bei Helios in Deutschland auf den Weg gebracht, den Wechsel der Reha von Helios zu Vamed abgeschlossen, um nur einige zu nennen. Und wir hatten sehr, sehr viele kleine Erfolge. 2019 war ein gutes Jahr für uns. Wir sind weiter gewachsen. Das heißt, noch mehr Menschen sind von uns gut versorgt worden. Von ihnen, dank ihnen. Sie haben aber bestimmt auch gemerkt, weiteres Wachstum erfordert mehr Anstrengung. Wir müssen mehr dafür tun. Wir müssen zum Beispiel mehr investieren. Etwa in den weiteren Ausbau der Heimdialyse. In die eben schon erwähnten Biosimilars, in neue, innovative Angebote und Therapien. Auch dies nur einige Beispiele von vielen. Hier haben wir in diesem Jahr viel getan, viel erreicht. Und wir werden diesen Weg auch im kommenden Jahr konsequent weitergehen. Gleichzeitig müssen wir auch unsere Kosten im Blick haben. Mehr noch als bisher. Nur so erhalten wir uns die finanziellen Spielräume, die wir brauchen, um investieren zu können. Investieren in unsere Zukunft. Diese Zukunft, die sieht weiterhin gut aus. Wir werden gebraucht. Mehr denn je. Ja, es gibt intensiven Wettbewerb. Es gibt Regulierung in verschiedenen Bereichen. Damit müssen wir klarkommen. Damit werden wir klarkommen. Die Nachfrage nach guter Medizin, die steigt weiter. Und die wollen, die können wir bieten. Dafür müssen wir flexibel und wettbewerbsfähig bleiben. Dann bleiben wir auch erfolgreich. Und dann können wir immer mehr Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen. Das wird nicht immer leicht sein. Aber ich weiß, dass ich dabei auf Sie zählen kann. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich alles Gute für die kommenden Feiertage und das neue Jahr. Feiern Sie schön, erholen Sie sich gut und starten Sie mit neuem Elan in 2020. Und das ist ja lecker. Weil es dann eher n Partners Allah haben. Und dann machen Sie welche? Und dann kannst du das User kommende. Und dann machen Sie wirklich frei. Und dann kindern wir sehr gerne noch thing,